Die Halle tobt schon, das Volk ist großartig. Die Halle ist kaum zu bremsen. Hier haben wir schön Gas. Bisschen ländlicher heute gelegen, auf einer schönen alten Farm, Hochzeit von... Wo sind wir gerade? In Marburg. Wir sind in Heaven. La, 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 la. Grand Hotel Heiligendamm. Direkt am Meer. Ah, hier ist ja mein Mikrofon. Ja, also es war gestern fantastisch, deutsch-amerikanische Hochzeit. Das ist hier von Best of 2019. Mal schauen, was draus wird. Champagne heute in Marienthal. Wunderschöne alte Kirchenruine. Noch mal einen riesigen Applaus bitte. Alle die Tage für euch. Darab ihr bitte. Alle die Tage für euch. Das ist einfach wunderschön. Ich bin nicht mit drauf. Kann gar nicht so schön sein. Ja, deshalb.